Es begann als ein Urlaub. Begierig der strahlenden Zukunft in Kansas zu entkommen, verwandelte Arthur Howitzer Jr. die Reihe seiner Reiseberichtkolumnen in The French Dispatch. Einen wöchentlichen Tatsachenbericht zu den Themen Weltpolitik, Kunst, hohe und niedere und breit gefächerte Alltagsgeschichten. Ist das nicht ein bisschen zu Halbseiten diesmal? Finde ich nicht. Für anständige Leute. Es sollte charmant sein. Er stellte aus den besten Exiljournalisten seiner Zeit ein Team zusammen. Berenson, Sazerac, Kramans, Robach Wright. Das waren seine Leute. Lassen Sie es so wirken, als hätten Sie es bewusst so geschrieben. Thema des heutigen Vortragsabends. Mr. Moses Rosenthaler. Gewiss die lauteste künstlerische Stimme seiner rauflustigen Generation. Simon, Nackzellenblock J. Hobbyraum. Ich will es kaufen. Ist nicht zu verkaufen. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es doch? Ist es nicht. Ist es. Kurzum, das Bild war eine Sensation. Das waren die Kinder. Sie zerstörten tausend Jahre republikanische Autorität in weniger als zwei Wochen. Was sie wollten? Freiheit. Punkt. Ich bin nackt, Mrs. Kramans. Das sehe ich. Wie Sie schon wissen, haben wir Ihren Sohn entführt. Mein König. Es ist ja nichts. Es ist ja nichts. Es ist ja nichts. Es ist ja nicht. Entlang. In aller Sekunden. Bäh, ist ja kein Glück. Eh, ich bin jetzt. Es ist ja nichts. Die Druckvorstufe sagt, eine Stunde bis zum Druck. Du bist gefeuert. Wirklich? In meinem Büro wird nicht geweint.